Also die grüne Jugend, mit der ich insgesamt vielleicht zwei Stunden Telefonate geführt habe und die Parteileitungsdamen von den Grünen, die mich zurückgerufen haben und mit mir auch nochmal drei Stunden telefoniert haben, sagten, dass sie als Menschen und als Bürger und als die dort beschäftigt sind, das waren ja dort Angestellte und so weiter, als Menschen begeistert sind von diesem Ansatz, aber haben das auch versucht, an ihre Leitung weiterzugeben, aber dort muss es irgendwo versandet sein. Kennen Sie die Heinrich-Böll-Stiftung, die grün-nahe Heinrich-Böll-Stiftung? Sagt Ihnen das was? Da gab es eine Fachkommission Gesundheitspolitik vor einigen Jahren mit relativ klugen Wissenschaftlern, also kann ich nur loben, die etwa ein Drittel der Gesundheitsreform der Professoren auch nachvollzogen haben und das innerhalb weniger Jahre. Also die haben ja nur ein paar Jahre getagt, die Fachkommission und die haben denselben Grundgedanken formuliert, das konnte man dann auch im Internet nachlesen, nämlich die weltberühmte Anekdote vom alten China, die auch für Prof. Ursula Lehr das Entscheidende war, um mitzumachen bei den Professoren, nämlich, dass der Arzt im alten China angeblich so lange belohnt worden sein soll, das ist nur eine Anekdote, wie alle im Dorf gesund waren und glücklich. Wenn einer im Dorf unglücklich oder krank wurde, sprach sich das bei allen Bürgern des Dorfes rum und die reduzierten ihre monatlichen und täglichen Geschenke an die Ärzte des Dorfes, reduzierten die, weil die sozusagen ein Motiv haben sollen, einen Anreiz haben sollten, die richtigen Rahmenbedingungen haben sollten, die politischen Rahmenbedingungen haben sollten, um an Prävention und an Verhinderung von Krankheiten interessiert zu sein und dann auch noch wirtschaftlich interessiert zu sein an einer möglichst schnellen Beendigung der Krankheit, anstatt sozusagen, wie heute in manchen Krankenhäusern üblich, Sie kennen die ganzen Skandale, zu operieren auf Teufel komm raus, weil sonst das Krankenhaus nicht überleben kann im gnadenlosen Wettbewerb. Das werfen wir keinem Arzt vor, das werfen wir auch keinem Krankenhausbetreiber vor. Er handelt einfach nach den wirtschaftlichen Zwängen, die wir Menschen ihnen gestellt haben. Also wenn man eine Schuldfrage stellen will, dann geht die Schuldfrage dahin, dass entweder wir alle schuld sind, denn wir haben vor 400.000 Jahren diese Art von Wirtschaften erfunden und nicht darüber nachdenken können damals, unser Gehirn hat nicht ausgereicht, oder es ist niemand schuld. Ich bevorzuge den Satz, es ist niemand schuld. Wir sind alle unschuldig, wir haben einfach nur Pech gehabt.